Meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde, ich begrüße euch zu einer neuen Rangliste. Ja, es ist jetzt 23.15 Uhr, aber wenn ihr es seht, es ist 9 Uhr am 5. Juni. So, jetzt muss ich mal überlegen, reiht sich der Null? Ne, ich habe ja gesagt, solche Nulls mit 3 schlechten kann man sich knicken. Die bringen auf Dauer keine Pluspunkte. Ja, ich hätte den Zug auf Nulle weh reizen müssen, um ranzukommen. 24er Reizung, na gut, man wird da wohl kein Kreuz haben. Er sticht auch die 7, okay. Das gefällt mir schon mal, es wird flott gespielt. Oh, Erzlusche liegt drin und ja, dann muss ich den Peak schneiden, damit wir eine Chance haben, rauszukommen. Eingepasst, junger Assumskat. Wow, so, da werden wir wohl ein Rang spielen, auch trotz Mittelhand. 25, ja, wenn jetzt noch der Kreuz kommt. 28, 38. Gewinnen können sie nicht mehr. Ja, das war's. 18, passe, passe. Kreuz. Ist. Schneider, immer noch. Sonnennest. K.10, Herz 10 gedrückt. Ich glaube, bei so einer Karte ist es tatsächlich besser, nur 20 zu reizen. Weil die Karte einfach nicht stabil genug ist. 12. 17. 30. 30. 45. Hm. 60. Wer hätte das gedacht? 21 gedrückt. Passe. 18. Ja. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 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 33. Ja. 35. Ja. Hier wird ordentlich gereizt. Naja, einer kann vielleicht nulle Wehr haben. Ich habe keine 7. 2 8. Herz. Hand. Oh, Herz Hand ist interessant. 2 Trumpfstiche mache ich. 22. 32. 34. 49. Das war ein Kau. Hätte ich doch nicht spielen sollen. 53. Oh, scheiße. Kreuzers wäre die richtige Karte gewesen. Mist. Oh, der sieht gut aus. Ja. 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 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. Passe. Passe. Hm, der Skat war richtig mies. 14 gedrückt. Ja, das einzig Gute ist Vorhand. 18. Ja, ich kann auch gleich mit Herz anfangen. Ja. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Ja, ich habe schon gewonnen. 18. 18. 19. 19. Ich spiele die blanke Herz 10 aus und er hat kein Herz. Das ist interessant. Ah, Trümpfe 3,3. Dann schneiden wir da mal. Da muss er ja noch zwei Kreuz haben. Ja, das war, ja, Herzass hätte reinkommen können. Auf den Pikstich hätten wir ja schon gewonnen gehabt. Passe. 18. Ja, passe. Kreuz. Hocht. Hab Ira. Auf. Arten. Wooo. Jaw. W frozen. Dil quot. W chrusy. End'. Verb café. Worthy. Wnov. Tja. De Butter. Wisy. Hem. Beatz. Kreuzjunger lag. Passe. 18? Passe. Hm. Herz. Sechs Trümpfer. 22. Kreuz geschnitten. Naja, ich mache noch einen Kreuzstich und wir sind raus. Passe. 18? Passe. Glück gehabt, dass ich hier bei 18 rangekommen bin, weil häufig, habe ich schon erlebt, wenn man selber ganz viele Trümpfe in eine Farbe hat, dass dann die Farben so verteilt sind, dass auch die anderen. Ähm, sowas haben. Schneider. Das war nicht zu erwarten. Passe. Passe. Zwei Pieken. Oh Gott, das war nicht gut. Da müssen wir jetzt einen ganz schlechten Null spielen. Null. Tja, das darf alles nur kein Herz rauskommen. Kommt der Herz sofort, sofort raus. Ist ja geil, ey. Mann, 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 Mann. Wenn ich Kreuz behalte, was ich zuerst machen wollte, dann gewinne ich den. Ja, 22, ja, 23, ja, 24, ja, 27, ja, 30, ja, 33, ja, 35, ja, 36, ja, 40. Ja, dann kommst du an Null ewehr nicht ran, ein Spiel später. Ja, 45, ja, 46, ja, 48, passe, passe, Grand. Passo. 18. Passe. Kreuz. Drückt. 13 und 21, 34 und 5, 39. Ja, läuft sehr gut, das Spiel. Habe ich schon gewonnen jetzt. 84. 18? Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. 30? Passe. 33? Passe. Wenn hier bei 30 gepasst wird, ist es wahrscheinlich ein Herzspiel und da werde ich dann mit Ass und 8 nicht gewinnen. Hat der wirklich ein Karo-Spiel? Das ist ja ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlicher Krank. Meine Güte. 18? Ja. 20? Passe. Passe. Jetzt bin ich das Schlechteste da, wegen dem verlorenen Null. Ja, man sollte auf so eine kurze Distanz natürlich möglichst kein Spiel verlieren. Was mache ich denn damit, ey? Puh. 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 Wenn ich den Peak steche. Passe. Passe. Ich weiß nicht, ob sie dann... Ja. 20? Ja. 22? Ja. 23? Ja. 24? Passe. Hm. Lustig. Mit zwölf Karten oder wer? Null. Auvers. Wann hat man da schon mal, dass man zwei Luschen auch drückt beim Nullerwehr? Ja. Wann hat man da schon mal, dass man zwei Luschen auch drückt beim Nullerwehr? Ach. Karo. $1. $2. $2. $5. $2. $1. $2. $5. $5. $0. schade tisch schlecht ist damit 5 zu 1 spiele obwohl ich gut mein teuerstes spiel waren krank einfach ich hatte gefühlt irgendwie gute karten aber 393 ist nicht gut na gut das war's dann von mir wir sehen uns dann am montagabend wahrscheinlich um 19.30 Uhr wieder bis dahin macht's gut ciao